Alles ist da, alles ist da Abfahrt, keine Zeit, Abfahrt Karte, 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 was wollt ihr? Danke, Manuel Ja, Abfahrt Äh, ja Äh, haben wir vorhin nicht gespielt, das passt Abfahrt Du hast an der Karte gefragt, Henning Äh, jo, jo, jo Passt schon, jetzt muss ich nur noch mal mich hier beeilen Hab ich gestartet, bevor ich das Dings gewechselt hab Die Szene, die Szene muss erst gewechselt werden Henning bekommt auch ein Bild, kann er zufrieden sein Ja, alle Bilder da Ja Wie, wie zu erwarten war Wo Volker's Bild? Hier, bei mir Alter, Ping 157 Ja, genau deswegen, aber es wird besser Okay Aber unsere Pings sind doch echt gut Oh Volker's Ping geht gleich runter Pimp my pink bisschen schlecht Pimp my pink Ja, guck mal, ist unten Abfahrt Okay, sind wir bereit? Ja, Arug, ärgst du da nicht? Aber diesmal nicht in den Rücken schießen Ja, wenn ich Wenn du weißt, was du vorhast Ich rush dann auch nicht vor Boomer Boomer Was? Ich konnte nicht mehr Smoker Hunter Hunter, ja Ah Smoker links Weiß, Smoker Und dann ist noch Äh Ey, wo ist der Hunter? Ja, da ist der schon wieder Da Das Volker Ein Punkt Röse Güte Röse Güte Röse Güte Röse Güte Röse Güte Röse Güte Deswegen spielt keine Zagab wieder zurückgeschmissen Röse Güte Röse Güte Röse Güte Das ist noch ein Punkt, ey Sorger Warum ich denn Coach, machen wir was Coach stand doch grad immer in der Serum Ich mach 0 Punkte Da war der zu kurz drin, stand Das sind die Bots Die haben so einen Freifahrtschein Bei sowas Hat der denn so einen Scheiß, ey Bot Magic Magic, die Bot Joe Munch Röker und mal von hinten hat er auf dem buch von oben hat er auf dem laster vor und kann er von vorne ist alles er habe deine waffe warum hatte ich keine munition hier liegt bremulation scheiß auf die branche so hier liegt mir die weg habe ich doch in dem augenblick selbst aber du hast die brand munition nicht angesammelt mocker ich bin nur zweistellig gibt es ja nicht Das ist ein Jockey, vorne, unten. Boah. Ja, mit dem anderen haben wir auch Probleme. Stop. Oh, sehr schön. Das ich überhaupt spawnen durfte. Tja. Nicht auf das Auto schießen. Wollen wir es auslösen, ist es vorbei? Nein. Nein, okay. Was? Ach, was ist das schon drin? Aaaaaaah! Oika ist gerade raus. Ich bin gerade wieder da. Charger hat verkackt. Einer ist alleine. Achso, du bist so. Schade. Boah. Das war nur noch ein Schuss. Wolltest du die Treppe hochchargen oder was? Ja. Gute Idee. Ich war eh rot. Der passt tot. Hier ist ein Hunter. Abkürzen. Ja. Hier ist Kotze. Schade. Hey, I'm reloading. Hey, I'm reloading. Smoker. Smoker. Smoker hat Kot. Ich habe doch geschossen. Versteck dich hinter Ben heißt das. Ich habe sie aber nicht getroffen. Genau. Die war hinter dem scheiß Ben versteckt. Hinter dem Bus. Ja. Hunter. 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 Charger. Direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Ja. Ich fliege. Oh, das ist knapp. Du musst hinten gerade nachladen. Cover. Eine Zeit für Cover. Da ist ein Medipack drin. Ja, ach. Das nimmt der Ding jetzt natürlich auch. Hier ist vorher ja. Ich denke, er mit. Da sind noch mal Pillen. Ja, freundlich. Das ist bei dir gewesen, ne? Meine Fresse. Hier sind wir noch irgendwo in Smoker. Ja. Unten. Oben, unten. Ach man. Das ist aber auch dumm. Das ist aber auch dumm. Keine Maulikrochelle. Ja, das ist aber auch verwirrt. Irgendwer hat was. Da ist eine Witch. Ja, lass die Bots da erstmal kommen. Kann schon mal gucken, wo die Witch ist. Oh, die Scheiße. Ja. Oh, Mann. Charger. Warum Glitch? Die ist mir fest, Mensch. Den Glück wollte er da oben rauf. Die Bots da. Nice. Die Witch ist direkt unter. Unten vor uns. Anna. Okay. Spoker, zwei Spoker. Ich hab die Witch. Anna, die Scheiße. Nein, der liegt auch. Ja, der liegt auch. Gott sei Dank. Hallo, Frau Chelle. Ja, fick dich. Wie macht das? Ja, toll. Frau Chelle. Wo ist sie? Da, WKW. Alter, Henning. Ich komm ja nicht hin. Okay, pssch. Jetzt abfassen. Henning hat die Tage regeln. Toach, verteidige dich. Oh, oh, oh. Oh, ist das knapp. Ist das knapp. Hunter. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, das ist doch normal, wenn du mit Hunter überall rüber sprichst. Schieß, schieß, schieß. Mach was. Abgeprallt. Ja. Du hättest dich vorseitig gehen müssen und dann springen. Ja, danke Rochelle, dass du dir die Scheiße rüberhauen hast. Okay. Na weiter. Komm, Coach. Gib mir. Ich war gar nicht auf dem Weg dahin. Das ist jetzt auch egal. Okay. Jetzt noch ein paar Meter. Ja, ich seh nichts. Ich auch nicht. Aber lauf einfach nach vorne. Smoker. Nein. Nein, Hunter. Oben. Oben. Rochelle spring jetzt nicht runter. Wir sind schon unten. Rochelle. Rochelle macht nix. Da krieg ich nix für. Aron kriegst du das. Aron. Aron. Sehr gut. Rochelle, steh nicht in der Säure. Hofer dich. Aron, egal wo du bist. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Mach dich dummer auf zu werden. Oh, fuck. Rochelle lässt alle zurück. Das kann nicht sein. Ja, und jetzt hol ich den Jockey. Gute Idee. Achtung der... Oh. Oh. Nein!!! Oh. Ooooooh. Rochelle, Rochelle. Ohh. Ja, sehr schön. Uah. Aufregend. Also wall Rochelle. Ho, mein Kamerl, ja. Ja. Rotarok, riegel das! es ist bei mir so am anfang das scheiße nicht ich war so geil auf einmal lässt die coach umliegen geht runter dann lässt die coach zurück ja und dann ist mal den coach rochelle zurück ja aber zu recht zurecht sie hat ihm hochgeholfen das ist ein überlebender dann hat sie zwei sterben lassen also minus 1 wir sind genau so gut wie wir das finde ich schon mal drei tage aber ich habe so lange auf sich gewartet ach nö Ich kann es jetzt mal ein paar Punkte machen. Hunter hinter dir, Harok! Jocky! Jocky hat mich! Charger! Charger! Ich will nicht die Bots machen jetzt. Gut, weiter. Da liegt Feuer. Alter, so ein dummer Splitter. Oh, Jocky! Harok! 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 Ja, ich habe jetzt den Spruch! Jocky! Jockys! Na, ich darf mich noch direkt in die Finger. Scheiße. Ihr müsst mich noch mal erschießen, aber was macht ihr denn hier? Nachladen. Smoker erschießen, nachladen, dich mit dem Restklick befreien und den Jocky versuchen zu erschießen. Ja, aber den Krieg hier nicht hin, kriege und der Jocky läuft vor uns weg. Boah. Danke, dass mich jemand anzündet. Ja, kein Problem. Du musst das machen. Weiter. Ja. Warte, 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 warte. Okay, los. Warte, warte. Ja, auf die Bands. Okay. Okay, weiter. Weiter. Reloading. Wer fehlt? Huma, was steige unten? Was? Hä? Hängt schon wieder. Hä? Ich wollte nur oben aufs Geländer springen, wer ab die Scheiße. Harok ist immer am hängen. Ja. Immer am hängen. Kannst aber nicht vorbeispringen. Äh, wieso? Jetzt ist jetzt zu fest. Ich bin festgeglitscht. Ich helfe dir. Ja, jetzt fall ich runter, drehe mir die Beine, oder was? Ja, nein, nein, nein. Das kommt davon, wenn man auf dem Geländer rumspielt. Hat er eine Mutter, die das nicht verboten? Ich wollte einen Boomer töten. Das ist... Kein Grund. Ich wollte einen kleinen Boomer töten. Doch, pass mal auf. Ich leg hier mal was hin. Jockey, Jockey. Harok. Harok. Hab ich doch. Ich hab ja was drin. Hab ich. Tarja? Hey, das gibt's doch nicht. Was? Hauptsache, einen runter. Hauptsache, einer bleibt oben. Fokka oben? Ja. Es sind alle unten. Ich bliege. Ich hab ja unten zu schießen. Jawoll! Super Hunter! Harun, du musst mal hochkommen! Ja, würd ich gerne! Was machst du denn da? Die Treppe nehmen! Der Bot ist zu dumm! Ja, komm! Oh, Mann! Smoker! Smoker! Ja! Wo denn? Ich seh... Ja, ist doch schon lange tot! Ja, sag doch kein Smoker mehr! Ja, nachdem ich nicht mehr gesagt hab, Smoker war ja auch tot! Und dann bist du dann auf die Geländer! So, ich muss mich kurz heilen! Nexus! Hunter! Ja, Alice ist da! Jockey ist unten! Ah, Boomer! Ich geh mal hier rein, weil ich nichts seh! Oh! Smoker! Wahrscheinlich unten beim Auto! Steuere! Hauptsache! Coach sagt Nö und Alice sagt Nein! Deckung! Spitter hier! Harrog! Oh, ist ganz woanders! Ja! Ist auf Säure! Geh! Oh, fuh! Ha! Oh! Reloading! Reloading! Oh, Jockey! Nein! Mal weiter! Smoker unten aufpassen! Ja, unsere Bots sind wieder zu doof, um in Säure zu gehen. Hey, wie ist das da Säure? Warten wir nochmal kurz. Hier? Ja, ja, ja. Hier sind nochmal Pillen für dich. Und eine neue UC. Alter, lockt einer weg, wir müssen wieder zurück. Oh, jawoll. Was ist das Volk, Alter? Gitarre, ich hatte keine Munition mehr. Jockey, Handrock, wo bleibst du? Zum Auto? Oh, das ist ein super Jockey. Oh, Smoker hier oben. Man, wir müssen mal hier zusammen sein. In der Gruppe und nicht getrennt. Nun, unser Bot, die... Ich bin irgendwo voraus. Ich weiß nicht, wo du bist. Bei der Säure. Nein! Wir haben noch einen Smoker gleich hinter uns. Der ist an der ersten Tür, die da ist. Oh, da ist einer. Gut, Smoker hat wieder verkackt. Ich muss mich runterziehen. Warte. Ich mache hier gar nichts mehr. Feuerarm. Aber muss doch nicht sein. Smoker, Smoker. Kannst du noch was machen? Smoker. Kannst du noch ein bisschen Schaden machen. Ich mache die Witch. Jockey. Jockey, nehmen wir. Ja, Hunter. Hunter. Jockey ist auch noch da. Hunter. Ich liege. Ja. Ja, ich habe die Witch. Ja. Spawn nicht vergessen. Jockey. Lass mich jetzt. Nein. Okay. Du musst noch ein paar Punkte machen. Wie viel hast du jetzt? Okay, weiter. Weiter, weiter, weiter. Wir sind voll dabei. Unsere beiden Bots kommen nicht mehr hinterher? Ja, gleich runter hier. Dann streng ich mich jetzt auch noch ein bisschen an. Okay. Alles klar. Ach, Film verpasst. Schade. Soll ich mit den Hunden? Hab sie. Hunter unten. Sehr gut, Hunter ist noch da. Doch, Alice nicht. Puma. 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 Ja, ich brauche mal Pinsen, sonst liege ich gleich. Wo bist du denn? Ich liege jetzt. Oh, scheiße. Ich hatte die ganze Zeit nur noch einen Punkt. Ja, ich kann... Ja, alles gut, dass du das machst. In der Regel. Aber scheiße. Kurz. Einfach nur reich. Ach so, hab ich. Ja, gut. Oh nein, ich bin abgestürzt. Nein. Alice, komm jetzt her, du Flitzpiepe. Hunter. Hunter bei mir. Hat verkackt wegen Baum. Hier. Oh, danke. Und Abfahrt, komm. Hä? Hä? Ach so, Henning, jetzt ist ganz raus. Ich dachte, er hat abgestürzt. Er ist einfach nur die Klippe runtergestürzt. Ich weiß noch nicht, wo der überall abstürzt. Madrogu hat das Spiel verlassen. Computer. Smoker. Aber das Spiel. Unter. Äh. Drei Zombies hintereinander, oder was? Das hätten wir dann warten. Ja, wenn wir da. Wenn wir da gehen. Ach so, ja, stimmt. Sorry, ja, ich bin doof. Ich bin doof. Ja, gut. Ja, hier gibt's auch Bots. Hier ist Muni. Auch nicht schlecht. Beim Magazin ist ein bisschen wenig. Einer nur ein? Nein, zwei. Einer ist tot. Ich fliege. Ja, ich seh noch nichts und ich stehe in der Säure. Ja. Ich fliege auch gleich. Ja, ich fliege. Ah, ich hab's nicht kaputt gemacht. Ich war viel tot. Henning, mach doch mal ein paar Punkte. Ich hab doch schon wieder 324. Ja. Ja. Hat mich auch toll wieder. Fast eingeholt, Mike. Ja, Hunter ist ja auch kein Problem, ey. Ich bin ja nicht mal gespawnt als Hunter. Ich war nur einmal Boomer. Immer mehr Hedbook, dass Henning. Hoho. Und Henning taucht nicht mehr in der Liste auf. Scheiß Clowns. Ja, wir sind echt scheiß Clowns. Dann ist Penny White. Ich weint, aber gut. Oh, Laser. Laser? Ich hoffe, ich kann da auch welche, ne? Das wäre doch doof. Hunter. Bei Hunter. Warte hier. Einer ist tot. Ja, du Schwann. Nein. Da ist Feuer, Muni. Ja. Da war es mal Boomer. Du warst langsam. Ja, ja. Smoker. Harok. Rauskommen. Rauskommen. Direkt rum. Nicky. Fick dich, Nick. Ich will noch Brandmunition haben. Okay, weiter. Der Smoker ist noch da. Macht nichts. Hunter von hinten. Hunter von hinten. Heee. Hier ist noch eine Tramma-Axt. Ich hab Boomer gesehen. Oh, ja. Aber nur ein, ja. Ich hab den Restlicht gemacht. Ja, ich hab geschossen, weil ich nicht wusste, dass du so nicht hinter mir seid. Hier sind Pillen auf dem Tisch. Ganz hinten. Habe ich. Habe ich. Bitter. Außer Wegner. Smoker. Ja, hab ich. Und Jockey. Jockey. Harok. Ich nehm Harok. Nein. Komm her. Ich hab nicht. Komm zu mir. Wir gehen eine Runde. Oh, ich hab die dran gezündet. Ja. Das hast du. Das hast du. Boah, Tata. Ich komm wieder zurück. Voll mit der Rüge in den Balkon, Alter. Hier. Hier, lass mal hier gucken. Ich hab jetzt mal immer gemerkt. Ach, nee. Das ist ne Todesfalle. Nicht da rein. Ja, Nick will auch nicht mitkommen. Dann nehm ich mir. Komponition. Ja, gute Idee. Wir haben ja auf dem Platz so viel verschossen. Oh, Jockey. Äh. Da ist jemand vorgerascht. Und eigentlich, eigentlich wollte ich nur den Hunter haben. Molli. Und es gab Jockey. Ohrbombe. Schlagschläge. Schlagschläge. Ich hab schon Pellen. Schlagschläge. Dann nehm ich die nochmal. So. Molli, hast du nicht? Starter. Och, nö. Sollst du Molli nicht einsammeln? Ich hab eines. Achso. Snoker. Oh, hier ist Arcadi von der Hard. Noch ein Snoker? Ja, ihr macht das. Ihr seid zu zweit. Müssen wir mal Schaden machen. So, komm. Warte mal. Ja, ich werf den Molli. Alles gut. Ich will. Hab schon. Okay. Dann wird das gleich brennen. Hier, Shotgun oder... Ich weiß eigentlich nicht, wie man hier schießt. Ist noch ne Rohrbombe? Oh, ich hab rechts nicht gemacht. Verdammte Scheiße. Kein Schein, hast du nicht fest genug gedrückt? Warte mal. Lass mich wirklich klicken auf den Molli. Ist so. Hier ist Brandmunition, hast du ne? Moment. Und draußen ist ein Smoker. Tja. Hier weg. Draußen ist so eine. Hals. Warte, Säure und Char-Chan kommt gleich rein. Okay. Oh. Nice. Oh, Rochelle geht doch weg, das dumme Stipp. Scheiße. Nein. Ich sterbe hier. Nassig. Hat Rochelle mir erstmal die Pillen geklaut, die dumme Kuhle. Nur Scheißwaffen? Ja, weiter. Oh, der Nick hat irgendwie ein Problem. Nein. Dummer Nick. Das Gute ist, der Hunter ist aufgewirft. Der Hunter ist super. Clemmer. Der Hunter ist auf jeden Fall schlauer als der Char-Chan. Der Hunter ist auf jeden Fall schlauer als der Char-Chan. Ja, alles gut. Ja, komm mit Kisten. Bindest ihn an. Ja, wenn er mal nicht weglaufen würde. Oh, nein. Hol dir Har-Rog. Hol dir Har-Rog. Har-Rog ist noch eine Runde im Karussell-Faar. Oh, Jockey. Jockey. Har-Rog. Oh, schön. Schön. Ja, wunderbar. Und dann hol den anderen Bot auch noch, der hilft ihm hoch. Der Bot hilft ihm hoch. Der Bot hilft ihm hoch. Ja, ich hab gerade Har-Rog. Ich kann nichts machen. Kannst du das machen? Oh, scheiße. Smoker. So, wenn du jetzt noch nichts machen kannst. Har-Rog, wenn du stehst, ich hab Smoker. Pass auf. Ja, du. Dann komm her. Tank kommt. Der Tank ist da. Und ich hab Smoker. Komm zu mir, komm zu mir. Genau, liegt es in deinem Baum. Ich kann alles machen, du. Oh, jetzt zieh ich jetzt auf. Lass Nick mir helfen. Steuere. Weck da. Smoker noch, ne? Ja, der ist von vorne. Der ist im. Dahinter ist er hinter den Häusern. Ja. Ich treffe immer nur Har-Rog. Ich hab einen Smoker. Da, wo du das Feuer eingeworfen hast. Da bin ich auch. Was? Ach so Säure? Ja. Mit so einer Reine, ne? Ich meine, du kannst drauf weitergehen. Wahrscheinlich vergeudet das letzte Rue-Tank. Neuer AK? Und hier, ähm, Robomb, genau. Ja, für den Boss. Alter. Ist das dein, äh? Was denn? Jockey? Man muss ja auch mal ein bisschen an die Effizienz denken und so. Und hier ist der Cooler. Nein! Also wenn ich da runtergesprungen werde, ne? Ich hab sie alle gehabt. Ich seh grad nix. Ja, ich hab Robbo geschmissen. Von oben kommt keiner. Okay, dann steig ich vor. Hat er explizitiert zum Scheiß. Oh Gott. Jockey? Hab ich. Bin unten, bin unten. Ja. Ja. Auja, auja. Hier ist ne Axt und Pillen. Pillen, hier. Ja, Pillen, okay. Wollt ihr nur sie erstellen, dass er dahinter kein Tank oder so? Ich bin zu langsam, ich hole sie selber. Äh, schau, schau. Dass der Tank dahinter kommt, ja. Jetzt aber. Charter! Nein! Oh, geil! Scheiße! Nein! Dieses Dome Ding im Weg, ey, so behindert. Hier ist, hier ist ne Witch, direkt auf der Treppe. Ja, ich mach sie, ich mach sie, ich mach sie. Oh, Harron! Ich hab sie noch gar nicht geschossen. Ich hab gar nicht geschossen. Ach so, ich hab die Arme nicht geschossen. Und das mag sie nicht. Hunter von hinten, vom Dach. Jockey von vorne. Und Charter und so. Jockey. Oh, nein, Chucky noch so rein. Ja, ich hab gar nicht geschossen. Ja, ich hab gar nicht geschossen. Ja, ich hab gar nicht geschossen. Du mag ich mal echt dumm. Manchmal. Gut, können wir? Jockey. Jockey. Jockey ist tot. hallo eigentlich hat sich nicht in meine zunge rein teleportiert ok und weiter ich stehe voll unter drogen ok noch nicht weiter ich bin nicht einfach die überhaupt nicht alter rochelle ah ah ich bin nicht ah scheiße vielleicht nochmal einen Augenblick warten müssen ich werde es mir auch gleich so drüber passieren ok du hast ja Bock er sagt das sieht eigentlich voll einfacher aus ach nö Rochelle du blöde Kuh warum darfst du nicht in die Säule sein warte wir müssen Nick noch kriegen du mal der muss noch sterben naja ja Nick wird noch sterben das ist nett vielleicht kriegen wir den aber so durch, man weiß es nie Char-char ich krieg's ja jetzt ich krieg's ja jetzt Jockey lebt noch nicht auf mich schießen, nur beschützen so und mehr so und mehr ich krieg's nicht ich krieg's nicht halt's ab oh nö leck mich jetzt Rochelle die nächste oh Rochelle ist ja dumm Na leg dich hin Rochelle leg dich hin Haro, kein Bock mehr nee, ich hatte Amandes Problem im schwarz-weiß kurz ja dann bleib mal drin ja wahrscheinlich jetzt noch Nick Haro, kannst du dich heilen? kommt uns raus nee, kann ich nicht nicht gleich ich kann dich aber coveren aber nicht auf mich schießen nein, mach ich nicht mach die Tür zu, ich hab nur noch sechs mach die Tür zu mach einfach selber die Tür zu ich hab noch vier ich hab noch vier ich kann doch nicht von der Tür weglaufen tja, jetzt haben wir nur noch eins warum wären die die dran nicht hier? sehr egal selbst Suizid im Safe Room ich muss ja nicht abschießen babam 3, 2, 1 bumm ja, wir mal sehen zwei Stück haben es reingeschafft das wird guck, wie wir das machen ja die ganze Zeit diese Herzschlag ich war schon seit dem Karussell war ich schwarz-weiß, ne? ah oh man deswegen hast du so unmotiviert habt ihr das gewusst? Haro, ne? nächstes Mal achten wir da mehr drauf mehr mit 8 mehr Buma Buma eh? ja ich habe leider zwei gekriegt ja ich habe leider zwei gekriegt was extinguisiert dann wäre ein splitter cool gewesen der wär jemand cool gewesen gut ja, unst college ordentlich prender nation ja, scheiß drauf das sieht Henning nicht, der ist schon weiter vorne mit dem botch weiter vorne der sagt, nerv mich mit so ner Scheiße hier Ich sag, wenn es was richtig ist. Ich brauch die Wachdröhnung. Smoker? Boomer? Boomer bei mir und Horde. Ich hänge. Boomer kommt von links. Boomer kommt von vorne. Die Dachkante hat uns verhindert. Was denn? Er hätte jetzt auch noch Säure haben sollen. Auch noch. Ich fand das eigentlich ganz okay schon. Ausreichend hier mit Boomer und Smoker. Ja, der Boomer hat dich ja nicht mal angekotzt. Hallo? Wurde es im letzten Moment weggezogen. Das sind die Mannkotzen. Nur ein Katana und ein Granatwerfer. What? Brauchen wir nicht. Doch für einen Tank würde ich auf jeden Fall einen Granatwerfer mitnehmen. Warte mal. Wo ist er denn? Eine Freifläche da. Ja klar, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Hör auf rechts zu flicken, Mann! Hier, Katana. Da, Granatwerfer. Ah, das ist ein Katana und wo ist der Granatwerfer? Gönne ich mir. Du mal! Als ob der aus der Entfernung trifft. Hand hinter uns. Ich glaube, der ist ja auch noch irgendwo. Ja. Oroshell packt das sehr. Oh, Oroshell. Oh, du hast das Blitz. Alles klar. Ja. Ich habe mich nur gewundert, dass ich auch hier drauf habe. Kein Kunst hat, ist geil. Das traue ich. Alle lieben uns, Glitter. Alle? Oh, Oroshell. Ja, die Worts auf jeden Fall. Jockey. Ach, Mann. Ja, da reißt du doch gleich wieder die Punkte raus, ne? Charger. Charger holt Rooshell. Hunter. Was auf dir? Oh, fick dich, Coach, ey. Coach kommt hier hin. Ja, geil. Wow. Booger. Boomer. Oh, du liegst. Ja, wenn die ganze Zeit ein Hunter auf mir drauf ist. Coach sagt, ja, nö. Oh, ich will ein Hunter auf mir drauf ist. So, hilf mir jetzt doch mal, Idiot. Boomer, bitte. Okay, voll schützt ja. Coach sagt, ja, ist mir egal. Smoker. Okay, so wäre das nix. Er hätte auch Shell nehmen sollen. Ich muss auch Shell nehmen sollen. Charger. Und schon wieder ein Charger. Das war ein Bot. Ja. Ich schieße kurz gleich selber ab. Hier liegt nochmal ne Rohrbombe. Hab schon. Jockey. Ja, schade. Ja, schade. Ja, schade. Ja, ich kann mir auch ne Granat verpassen. Lauf nicht weg. Ich bin gleich da. Ich weiß ja, wie das ist. Granaten tun immer ziemlich weh. Ja, geht. Ja, meinst du? Na, was? Er wohnt Charger. Das war ne Frechheit. Ich hätte Rochelle haben müssen. Jockey. Okay, lass ihn auslösen und dann holen. Hast du noch ne Rohrbombe? Das ist besser. Nein. Er opfer mich. Er ist da. Da ist er. Beim Kausel. Ich bin dran vorbei. Er kommt rechts rum. Harok nicht brennen. Sehr gut, die haben noch einen Molly. Pass auf. Die liegt doch einer, ne? Oh cool. Sehr gut. Pass auf, pass auf, er wirft. Weiß er. Der brennt. Okay, gut. Oh, die Rochelle, genau. Och, nö. Lauf. Ja, Alter. Nein. Tot. Ja, Rochelle tot. Oh nein, die blöde Kuh. Och, wieso laufe ich denn immer durch die Leute durch? Cover. Ja. Weil ich weggegangen bin. Sehr schön. Guck mal, Bob, mach doch was. Was macht der Bobbis? So, weiter, Meta. Ja, kann ich nicht tun. Probier's mal mit Gemütlichkeit, sagt er. Smoker. Ja, dann spot's mal mit. Everybody grab a weapon. Smoker. Oh, ist der Schick. Alter, schickst mich immer selber ab. Sehr geil, totgekratzt. Ja, aber einer steht ja noch. Ja, aber ich kann mich ja nicht um einen kümmern. Zeitgleich. Du wurdest erschlagen, du warst mir nicht totgekratzt. Ja! Ja! Nein! Oh, Schweingart. Oh, gut. Aber wir kennen uns schon genommen. Oh, fuck. Das ist meine Funktion. Ja. Du kannst die anderen verprügeln. Oh, toll. Ja, dann hätte ich halt einen anderen mit vor. Na komm, ich habe deine Punkte noch niemals einholen können. Nö. 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 Obwohl du Tank warst. Ja, äh, ich habe mein mögliches zu tun. Ich habe zweieinhalb Leute totgekratzt. Ich hatte ja einen Granatwerfer. Ich habe gerade eine Artwerfer. Denen kann ich eine Artwerfer. So, Happy Arms, Coach. Nimm deinen scheiß Medi-Pack, du behinderter Vogel. Granny, der Granatwerfer. Granny. Granny. Haha. Nö. Nö. Nick, I know that was you shooting. Doki, Doki, Doki. Doki. Was ist mal? Alter, was hast du denn da gemacht? Ich hatte Bock. Ich hatte Bock. Kein Bock, Mulde. So, ich komme mir noch mal kurz zur Munition. Gute Idee. Aber... Einer muss ja covern hier. Mhm. Ja, einer muss verhindern, dass die Zombies fahren. Das ist... Boah, ich hasse dich. Meile Gas. Hier ist nix. Weiter. Alter. Alter. Säure. Ah, Jockey. In der Säure. Erschieß den Jockey doch mal. Hab ich doch. Ich hab erstmal... Nein, darfst du nicht. Natürlich. Nein. Du hast über rechts geklickt. Hä, was? Links kann ich mal schießen. Alter, das ist jetzt völlig verkehrt, Henning. Oh Gott. Alter, lass mich! Ja, aber warte, warte doch, dann warte doch. Lass uns doch dran absprechen jetzt. Ja, sehr gut, siehste, siehste. Klappt doch. Marron? Marron? Und Charger? Oh, ja. So schlecht war das gar nicht. Guck mal, du hast schon 21 Punkte. Halt zum Haul. Wir können ja hören, dass auf einmal so ein fetter Charger kommt. Fucking Gott. Gitarre? Nehm ich mit? Gitarre spielen. Echt jetzt? Warum sagst du mir Gitarre, wenn du sie selber nimmst? Ich hab doch gesagt... Jawoll! Oh, hervorragend! Super, 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 super. Ja. Ich wurde vom Boomer wieder in die Säure geschmissen. Was? Guter Splitter? Guter Splitter? Guter Boomer war das. Und Splitter? Ne, hauptsächlich der Boomer. Nö. Das wäre ja nicht in der Säure gewesen. Ohne den Splitter hätte ich noch nicht gelegen. Oh, das war perfekt. Oh, Charger hat mich. Oh, Out. Oh Gott, stop shooting me. Beide sagt jetzt habe ich erstmal genug Funktion. Meierabend. Heuterm. Heuerebend. 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 Hinter uns der Smoker Hunter Uma hinter der Tür Er schießt ihn doch vorher Da war die Wand dazwischen Munition Jo Brauchen wir es Ist immer gut Hunter Uma Tarcher Ja Uma Hunter Hedge Hunter Ja, Smoker Zweitsmoker Achso Gut, weiter Richtig peinlich Mann, geh mal aus dem Pech, du Scheißzombie Neue Waffe, aber die Scheiße Nix gut Waffe Dir ist ein Brecheisen Oh, das klingt gut Kannst brechen, Alter Das Eisen Das ist gut geeignet Ja, ihr seid doch gut Oi Ich seh ihn noch nicht Er muss voreingehen Jetzt Hunter Uma, komm Ich seh ihn noch nix Boah, das hat er irgendwie Angst gemacht von dir Wo ist denn die Scheiß Horde? Ja Die Fünf haben wir kaputt gemacht Ja, wow, Alter So eine Scheiße War da auch nicht Hier, längst Hier, längst Guck mal Komm, 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 komm Hier, hier, hier Warte, warte, warte Nein, nein Nein Nein, du bist tot Scheiße Gehen wir weg Oh Gott, komm, komm Nein Nein Gutsche Uhrensohn Gutsche Uhrensohn Nein Nein So, weiter Oh, ihr macht heiße Mit dieser Scheißanimation Dann muss ich wirklich bis zum Ende durchmachen Damit man nachlesen Das ist so nervig Fick dich Hol dir, hol dir Alice und Coach Die kannst du rechts klicken Ja, ja Oh Nö, jetzt hol ich mir den Dom Coach Okay Boomer vor uns Buka hinter uns Buka hinter uns Händes muss liegen Oh, AK! Char-char! Jockey! Du musst auch angreifen, nicht nur hinlaufen! Einfach frech! Einmal Filme einsammeln und dann gehts weiter! Ich habe mir den Coach durch! Auf den habe ich es irgendwie gerade abgesehen! Scheiße! Alle haben so durchgeheilt! Komm, weiter gehts! Oder ist einer blind? Ne, ne? Char-char! Oh! Unter! Mal weiter gehen! Pass auf, gleich Point of no return! Ja! Wir müssen mal so viele wie möglich zum Humpeln bringen! Mach ja vor, es geht ab! Okay! Jockey von vorne! Gut, hat sich erledigt! Char-char! Char-char! Der läuft gerade hoch! Der läuft gerade hoch! Der ist auch nicht! Hä? Ja! Aber wir haben gleich eine Witch! Guck mal! Oh man! Warte mal! Ich klicke kurz Brand Munition! Du musst ja sowieso erstmal was sehen! Direkt an meinem Eingang mit Brand Munition! Ja! Super! Hast du das gesehen, Meilig? Ja, ist ja normal! Ja! Haarok, bist du soweit? Aber ist ja wirklich nett! Oh! Jockey! Wollen wir die Bots! Jockey! Jockey! Okay! Die Bots sind weg! Also nur noch zwei! Okay! Deckung! Haarok! Haarok! Bei mir Deckung! Oh! Leck mich! Ah! Ok! Er läuft runter! Sehr gut! Oh! Leck mich! Ich krieg sie nicht! Ich komm jetzt die Bots! Und gleich Smoker aufpassen! Oh! Char-char! Ja! Komm, Coach! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Da kommst du nicht! Kommst du nicht rüber? Hell's ob! Das gibt's nicht! Was ist das denn, Alter? Lauf mal durch! Lauf mal durch! Wir machen gar nichts! Guck dir mal wieder nach mir, aber sonst... Er schießt mich, Coach! der schießt mich nicht nein jockey wir haben so viel schaden gemacht aber es hat nicht geholfen ja tunnel of love north ok oh das war kurz da drüben oh feiner lobby cha cha Hunter Shit Boomer rechts Dann lad noch mal nach Also ich meine noch mal Milzion Ich passe auf, dass da keine Hunter kommt Oh 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 Alle laufen erstmal durch Ja Nicht wirklich Meist Das hättest du gerne gehabt Hunter Boomer Hunter Charter 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 Boomer 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 Hunter Hunter ist sehr gut Also nicht links reingehen Da ist kein Minipack Lass mal hier rechts abkürzen oder? Ah 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 Ach Scheiße Ja ich habe auch ein bisschen hätte ein bisschen besser treffen müssen Ja alles gut Und stelle ich jetzt ja eh draus aber Ich kam leider zu weit drauf Munition Muni Von wegen Munitions eng passt in diesem Level Ja ich habe auch ein bisschen mehr Geld In der Maintenance tunnel In der Maintenance tunnel War Alter Alter Ach mein Tür zu Wie stand der davor? Hunter springt gegen das Tor Nein! Und auch mich Der ist so doof So doof Der Hunter Nein er hat mich Warum macht der keiner was? Warum Trevi nicht und warum macht Bosch hell nicht? Ich muss mich heilen Oh Oh Haro, echt jetzt? Ja Boomer Hurt Hurt If Hurt Schwer Ich Na Schwer Schwer Ich Schwer B Hurt Was Komm Hurt 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 Was ist los? Man zieht zu spät. Bist unmodisiert. Smoker. Hier ist eine Spinne. Hier ist ein Launchplay. Boomer. Ja, hier ist Säuse. Und Bruchsteller hat ein Jockey. Boomer. Ja, und? Ja, schon wieder. Reloaden. Bochelle muss ich mal heilen. Du machst so viel hin. Winni. Ey. Midis. Handheldner uns. Zusehen, dass alle vier liegen. Mach damit. Das ist egal. Alright. Oh. Kalashnikov. Doki. Nein. Hallo. Ich muss mich heilen. Boomer. Oh nein. Lass dich nicht schubsen, Harok. Genau. Wow. How'n. Hoch. ager. hang. Was ist da Frau bedscap um? Ohh. Was ist da恐se? ICEMEL. Wie viele Smoker willst du noch haben? Alles. So jetzt heil. Jetzt heil dich erstmal. Bevor du dich wieder auf einen neuen Smoker einnimmst. So hier. Was liegt, wo liegt was? Dann Hunter. Oh Henning! Soll ich eine Moschelle haben. Moschelle gibt es nie ohne mich. Ja ne schon klar. War da eine gute Affen, ne? Naja, nur Strudaflingt... Profi. Wann ist irgendwo ein Clown. Moker, bei Woche. Guma! Irgendwo ist hier der Guma. Hunter. ok los geht's mann war jockey machen wir damit hier so ist gut Die bekommen man was Gutes, das ist doch echt beschissen. Smoker, Smoker, nein. Oh, gut. Glück gehabt, ich hab's noch aufgeschafft, also ich muss es noch mal machen. Okay, Säure, 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 Säure. Na gut. Wow. Hier, wir müssen noch ein bisschen auf die Bots aufpassen hier. Die müssen auf jeden Fall mit. Die sind jetzt auf jeden Fall mit auch so. Coach ist bisschen dumm. Oh fuck. Ja, nee, schon klar. Auch ja, natürlich. Ja! Das war keine Rohrbombe. Da haben wir irgendwo ein Jockey. Von der uns ist ein Jockey. Nein, ich hätte... Oh! Oh! Ich wäre beinahe... Ich hätte beinahe gehangen. Okay. Smoker links! Smoker links! Danke! Wo? Kann ich sehen. Monation! Oh, komm! Gas! 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 Was machen die Botseiten? Nice. Scheiß auf die Bots. Ach ne, die müssen wir mitnehmen, ne? Wir müssen die mitnehmen. Achtung, Charger! Charger! Na ja doch! Ja, Charger! Ja! Charger! Boah! Das ist ein Charger! Das kommen wir nicht. Fuck! Das machen wir jetzt gut. Ich fühle jetzt mal die Spritze weg im Lash. Ja, die habe ich mir gesagt. Die war auch ganz gut. Ach man! So, warte! Das ist Coach! Hey, we gotta turn that alarm off! Hunter! Hunter! Ich mach mal gleich den Alarm aus. Smoker! Ich bin... Oh! Scheiße! Ich hab keinen runtergekickt! Nein! Boah! Schnell den Alarm ausmachen! Lauf mal hin! Mach den Alarm raus! Ich hoffe, du bist so weit. Das schockt dir überhaupt nicht mehr. Oh! 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 Ich kann nicht spawnen! Ich bedanke mich. Charger! Alter! Mit dem Jockey willst du angreifen. Das ist immer so krottig. Arrog. Arrog! Musst du kriegen. Harrod, steh los. Macht jetzt. Nein. Kommt, kommt, kommt. Alle rein, alle rein. Alle, alle. Lass ihn doch verprügeln. Alle, komm. Jawoll. Oh, Alter. Das haben wir gut gemacht. Coach hat Body blockt. Verdammte Scheiße. Süß. Und dann liegt sie doch noch. Das war gut. Harrod. Ja, ich wollte Coach haben. Jetzt haben wir nur 110 Punkte Rückstand. Verdammt. Das haben wir seltenst geschafft. Hier mal. Ja, dass auch kein Tegelkommen ist. Genau, doppelt so viele Punkte wie auch gemacht. Ja. Und jetzt. Dreieinhalb mal so viel. Gut. Du hast aber noch Bock, ne? Ich hasse dieses Level, aber auch mit dieser fucking Achterbahn. Das ist einfach so lang. Ja, ja, ja. Die Achterbahn ist cool, aber alles davor kannst du vergessen. Hä? Magst du die Achterbahn nicht? Weil das auch mal am Ende ist. Die Achterbahn ist das Stück, wo du als Zombie die größten Probleme hast. Jetzt match doch auch, weil du halb krümpelt bist. Jo. Wo können wir? Äh, warte. Jetzt hab ich keine Munition da. Ja, kann losstehen. Ich seh nix, ich seh nix. Bei den Toiletten. Aber wahrscheinlich ist er gar nicht. Bisschen frei. Ja. Rede mit mir. Ja. Längst gucken, was hier so los ist. Baseballschläger, ne Rohrbombe. Weg. Und Boomer. Oh, nur eine. Steuere, weg da. Ja, ich versuch's doch. Aber irgendwann haut mir die Zombie von mir nicht weg. Na ja. Na ja. Ja. Ich brauch immer wieder auch mal Hilfe. Wah? Dringend. Smoker. Immer noch Smokern. Hunter. Okay. Ich hab das alle gehabt. Können wir weiter. Joki, den hatte ich noch nicht. Komm, Hammer. Mann. Nick, komm. Stoker. Ja, Nick ist da. Hilft der dir? Ja. Ich bin frei. Oh, Hunter. Hunter. Noch ein Hunter. Da ist der Witch, wir gehen rechts rum. Da ist die Gitarre. Ja. Aaron, komm da weg. Ich hab nur die Gitarre geholt. Ja. Ich hab aber ganz schön gedacht was. Star-Jah ist hier. Ja, Splitter ist tot. Smoker. Smoker, Smoker. Hallo. Star-Jah, hallo. Hunter. Ja. Da ist der Star-Jah noch da. Der Smoker auch. Hier ist ein Molly. Und weiter. Durch dieses Gebäude. Joki. Ja, ja. Ja, ja. Da ist der Hunter. Hunter. Hunter, ja. Hier oben lag nur ne Axt Oh, Smoker Jetzt hab ich auch gleich alle gehabt Ich heil mich hier im großen Raum Nein Mann, weg mit dir Was hast du denn? Ach, ich wollte mich heilen Ja, lass dir doch, scheiß drauf Ja, nicht hier Ja, wir müssen mal weiter Ich brauch Hunter hinter der Tür Sehr gut, dass die nichts machen Ja, wir fern auch gerade sehr Komm, einen kriegst du noch Ja, sehr gut Oh, schnell, komm mal weg Ja, Micha schießen die direkt in der Tür Alter Arock durchheilen, ja Arock durchheilen, immer noch Hat er das gleich von oben? Ja, du hast die ganze Zeit Zeit gehabt Er hat durch einen verstanden Ja, was hast du? Was? Sag ihm, sag ihm was Da war's meine Mutter Hunter Smoker unten wahrscheinlich Muah Mann wie sehr wollen wir verkacken ja bitte alle aber hier ist mir die pack hier ist noch molly gleich kriegte noch laser ich bin mir sicher da hallo guck dich doch mal ja bist du guck mal hier ja da ich zeig es dir an sehr gut das ist wohl das vorne ist noch ein molly wissen wir deine rohbomben molly warte lasst uns erst mal rochelle heilen und haben noch medipacks übrig was stimmt nicht ja auch die unten aber auch ein bisschen abschicken leuchtendes vorbild harold mensch Ja, Smoker. Komm, die Edo zieht! Alter, hau doch! Gibt's aber auch safe, oder? Freunde, das wird noch Erfolge gefeiert. Tor ist auf. Fertig? Okay, ja. Ja. Charger? Fertig, dann weiter. Boah, Charger, ich bin wieder hinten. Sag doch, Charger! Ja, das ist dieser 2! Nö, jetzt hole ich nix, das gibt's nix. Warum denn nix? Schau mal kurz Säcke und ich muss schnell heilen. Hallo, wo ist die fucking Horde? Niedergemetzelt. Niedergemetzelt. Er will vorwaschen. Haarock, entweder links oder rechts, oder die Stimme nur drücken. Er will waschen. Hahahaha. Nein! Hahahaha. Wir sehen uns nochmal die Witch auf. Ja, das wäre toll. Hahahaha. Player left. Irgendjemand macht neidisch. Hahahaha. 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 New player. Alter. Alter. Alle drin, ne? Frau Schellen auch nicht. Boca im Rift. Ja, komm da, 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 da. So. Und jetzt. Stell dich hier im Weg. Stell dich hier im Weg. Nein! Nein! Sehr geil. Oh, nö, ey. Okay, Malte, das wird hart. Der hier. Das wird richtig hart. Ich weiß noch nicht. Wie du dir überlegt hast, wie wir das schaffen sollen. Abfahrt. So wie immer. Einfach drauf und los. Hahahaha. Wir müssen, wir müssen waschen. Was sind denn hier die Scheiß gerade? Was sind denn hier die Scheiß gerade? Oh, Scheiß-Kombo. Oh, Scheiß-Kombo. Ja, die sind ja mit diesem komischen Scooter. Erst ich dann du. Ja. Ja. Ah, jetzt. Nee. Ich glaub nicht. Die, die da, da, da. Die Bots wollen irgendwie die Medipacks nicht einsammeln, wa? Die wollen gar nix. Hm. Na komm, dann gehen wir kurz raus. Abhauen. Das müsste ausgereicht haben. Nein. Ja komm doch mal her. Siehst du? Ja. Haben sie immer noch nicht. Einer, zwei. Oh. Dem Bein auf den ersten Hand ist abgewehrt. Och, Eck jetzt. Smoker. Immer in 17 Punkte. Ja. Ich hab 0. Ja, mit dem Boomer ist das auch scheiße da. Ein bisschen. Echt jetzt. Boomer. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er ist da. Er ist immer noch da. Ja, da liest der Boomer noch. Ja. Ja, da geht er ganz einfach. Ja. Hier sind Pillen. Kummelt sich ja keiner drum. Pills hier. Hier, wo ein Hunter. Wo ein Coach. Smoker. Ich warte auf dich. Ich weiß nicht, wenn man noch warten kann. Oh. Oh. Sehr schön. Hier war's Coach natürlich. Ja. Er sagt Lebenspunkte. Die Tür habe ich auch. Genau. Wenn ich nicht mal 10 Sprünge gebraucht würde, bis ich einen hab, ne? Oh nein, die ist direkt vor unserer Nase. Ja und? Joa, jetzt kommt sie! Rochelle kämpft mit der Säure und ich helfe Proch. Ich sag rechtsklick. Nein! Hier ist Adrenalin. Rochelle hat Spaß. Charger. Oh, sehr gut. Adrenalin! Nehmen wir beim zweiten Charge. Rochelle und Coach müssen sich heilen. Boomer! Rochelle liegt gleich. Rochelle liegt gleich. Rochelle liegt gleich. Rochelle liegt gleich. Boomer ist noch da. Du scheiße. Du scheiße. Alter Schwede, ey. Oh, schade. Das macht ihr heute nicht mehr. Rochelle wird sich jetzt heilen. Ja, der Scheiß-Bot-Charger. Der ist mal hinten am Zaun. Ja, Warte. Oh. Oh. Ich bin alleine. Einer ist alleine. Nein. Boomer. Kalashnikov. Nein. Du musst die Schade gerne nehmen. Ist viel besser. Hier sind Pillen. Hier ist ein Jockey. Gut. Ach, Mist. Malte war auch noch ein Rechtsblick. Okay. Jetzt sind auch alle grünen leider. Noch. Noch sind wir nicht durchgerusht, so wie ihr. Ja. Ach, Mann. Aber ich glaube, den Charger können wir ignorieren. Ja. Können wir ignorieren und laufen. Hunter. Du riskierst aber auch was, ne? Ach, was, ey. Ich weiß noch, wie ich meine. Ich, ich warte schon mal unten. Ah. Ja, das ist ein Ding. Ich hab kurz weggelaufen. Ich löse aus. Hunter. Okay, geht los. Medipack. War nicht mehr schnell. Hat nicht getroffen. Alter, hat sich das Rollen ja noch schnell genommen? Jockey. Ist doch ein Witz. Was ist mit Rochelle? Rochelle repartiert sich. Warte. Smoker hat mich. Ich hab Charger. Ja. Ja, ich auch. Okay, ich steh' wieder. Seh' ich nicht. Aber ich bin da. Scheiße. Und der Boomer steht hier auch noch. Alter, Leute. Ich bin gleich tot. Ja, Torch macht das hier. Oh. Die Warden machen das auch gut. Scheiße. Was? Komm an. Halt dich durch. Und dann. Rush. Charger. Nein. Charger. Warte, einmal noch. Sehr gut. Ich fliege. Ich fliege. Lass ihn liegen. Ja, scheiß auf Henning. Smoker. Mit Adrenalin. Mit Adrenalin. Ich hab mir gerade Adrenalin. Ich hab mir gerade in Höhe. Adrenalin hab ich mir gerade reingehauen. Gas, Gas, Gas. Nichts stehen bleiben. Das ist bitter. Mach nicht. So. Ich bin durch. Henning. Ich bin am Ziel. Ja, ich bin hier komplett am Ende. Was? Was? Ich bin so doof. Ja. Und ich fasse es auch alle durch. Nice. Nein. Er liegt doch nicht, der Hurensohn. Komm, Coach. Wir machen das. Wir machen das. Kommt. 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 Jawoll. Alter. Geil. Behindert. Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Bei uns liegt immer einer am Ende. Was? Das hat so viel nicht funktioniert bei uns. Boah. Als ob das jetzt nötig gewesen wäre, oder? Frech. Das ist schon richtig dreist. Aber gut. Die 25 extra Punkte wollen wir auch haben. Wir gönnen euch das, ja. Na, wir gönnen euch das. Das Ende verkacken wir immer so oder so. Ja. Was war das mit 4? Wir verkacken das Ende so oder so immer. Ja. Wir aber auch. Alter. Was sind das hier für Hurenwaffen? Ja. Habe ich auch gerade gedacht. Was sind das hier für Hurenwaffen? Ohne Scheiß. Das sind die schlechtesten, die man hier überhaupt im Spiel haben kann. Ja. Wir haben bloß die Sniper. Ne. Wir haben die Ratatat. 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 Wollen wir? Ratat. Entschuldigung. Bericht mal. Das war Voll хMother containment. Durch codeh. Jumpscare Jumpscare Mal das Ziel ist hier, kaputt man Ich war doch nicht Smoker in dem Raum Was denn? Oh Ich hab ihn doch Boomer So kann ich nicht arbeiten Hunter Guck da um die Ecke Ich dachte ich könnte ihn auch kriegen oder so Das war wohl nichts Nee Bessere Waffen? Naja Volker sagt das sind immer noch scheiß Wuren Wuren Waffen eben Auch immer noch Aaaaah Oh Da machst du gut Sehr gut Schade dass das nicht auch das Rost ausgelöst hat Oh Charter Harrock Feuer Halt Mood Gut Jetzt freut dich das Feuer Ich muss mich jetzt mal heilen Wir sind nur ähm Was? Na? Rohbomben? Affen F Kalle wieder Schade F Kusch F F Kusch Kusch F 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 Ja super F Alter leck mich F F F F F F Herr, wo ist Coach? Auf der Tribüne. Haben sie noch Feuer gegen den Tank? Seh ich nicht. Ich bin auf Coach seinen Kopf gesprungen und dann ist er wegteleportiert. Haha, Coach liegt super! Super, Rochelle, mach Rochelle kaputt, mach Rochelle kaputt. Wichtig, wichtig, wichtig. Tank! Ja. Wow, die haben Feuerwerk, scheiße. Wow, der Ding ist ja bei mir! Ja. So, geh dahin. Scheiße, werd mich. Mal deinen Schank, das nur Coach. Also, erst mal Coach. Also, erst mal Coach. Wenn du die drei liegen hast, dann ist erst mal, glaube ich, ganz gut. Ja, du, den Rest muss ich jetzt machen. Ja, da ist ein Smoker. 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 Ja, ja, ja. Ja, ich hab's schon. Oh Gott, ich hab' die Geige auf. Oh, jetzt liegt die Geige auf, weil die zusammen sind. Oh, jetzt liegt die Geige auf, weil die zusammen sind! Oh, nein! Oh, ich hasse das! Nein! jetzt halt der letzte ich habe mich schön vercharged war war nein stirbst jetzt das ist ja nicht noch mal kommen jetzt haut haut ja ja alles macht nix alles macht nix ja alles ist dumm schweigen alles umdrehen was hast du denn die große waffe er war zwar zweit er hat nichts gesehen nichts möchte mich über die herrn dacht auf die kappen was bist du echt oh man aber immer noch eine scheiß uhren ok wenn wir den ersten tank schaffen ich bin wieder da wenn wir den ersten tank schaffen dann haben wir ganz gute karten das noch zu drehen aha boomer hunter unter 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 hier ist der hand im kreis springt nein wenn es nicht mal scheiß lecker plötzlich hast du nicht teleportiert bei mir das war nett sowohl zu ihm die hefte als erstes mann die box da oben über kämpfen ja man sich die ganze zeit verprügeln lassen und draufstehen ok hat er bei mir haben wir irgendwo noch feuer also ich meinen ich bin die ganze Zeit verprügelt Arok was du da mit Alice Charger Smoker Rochelle liegt Cover Tank Arok mach das ordentlich lass uns den scheiß Gabelstapler in Ruhe ich hab doch gar nichts gemacht du versuchst immer was mitzunehmen das klappt immer nicht du versuchst nicht ins Feuer zu kommen sehr gut sehr gut nicht brennen sehr gut mach Hennig kaputt mach Hennig kaputt Doki du hast dich nicht geheilt sehr schön du harnt man doch nicht oh nein ich liege nur noch Alice nur noch Alice den machst du scheiße ja kann ich ran kommen komm komm die kriegst du sehr gut sehr schön sehr geil geht so huuuu wie geht's jetzt ach man wieso machst du mich kaputt ach scherloche weil ich mich Punkte machen ich will Punkte machen ich wollte noch mehr Punkte haben hast du nicht hast du nicht oh shit Das ist ein Idiot.